und um zwei Uhr habe ich dann aufgehört nach dem Tag und ich war so froh, dass ich das gemacht habe. Weißt du, wir müssen verstehen, was ist heute für uns wichtig. Es ist ein Kampf um dich. Es ist ein Krieg zwischen Gott und Teufel und dieser Krieg findet meistens hier statt in diesem Organ hier. Äh Wir haben letzte Woche eine Bibelstelle gelesen, das ist Matthäus 24 ab Vers 9 das möchte ich nochmal lesen Es geht um die letzte Zeit, in der wir leben und Jesus hat uns etwas mitgegeben Er hat uns Ratschläge gegeben die uns helfen, in unserem alltäglichen Leben zu leben die sind uns dazu da, um nicht noch mehr Joch auf uns zu legen, noch mehr Verbote zu legen sondern sondern uns leichter zu leben wird Das ist auch Unterschied zwischen religiöse Lehre und Lehre Jesu religiöse Lehre zwingt dich in einen in einen Rahmen und macht dich noch mehr abgegrenzt macht dir noch mehr Last Es nimmt dir etwas weg was dir nicht gehört und macht dir das Leben leichter Jesus sagte Kommt alle zu mir die ihr beladen seid und ich werde euch erquicken Eure Seele wird Ruhe finden bei mir und nimmt mein Joch auf euch denn mein Joch ist leicht und mein Leben ist leicht sagt Jesus Es ist kein Qual Es ist kein ständiges Unterdrück Obwohl wir unter den Umständen uns befinden manchmal Es geht um Außen und Innen und Innen ist viel wichtiger als Außen Unsere Äußerlichkeit unser Körper jetzt in dem Fall oder unser Leben was außen ist unsere Wohnung unsere Arbeit unser Auto alles was wir haben das hat nichts mit der Ewigkeit zu tun das hat nichts mit dem ewigen Leben zu tun also ist das nur vorübergehend was gar nicht so wichtig ist weil nicht unsere unsere wie Apostel Paulus sagt ein 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 Zelt wo ich wohne er hat das so verglichen unser Körper mit dem Zelt dieser Zelt der wird keine Ewigkeit erreichen sondern unser innerlicher Mensch wird die Ewigkeit erreichen und diese Zeit was wir hier diese sichtbare Welt verbringen ist sehr wichtig mit seinem inneren Menschen auch zu arbeiten es wird so viel Zeit heute gewidmet an die an Äußerlichkeit und ich sage auch nicht dass es schlecht ist mir gefällt wenn meine Frau schön aussieht schön gekleidet schön geschmückt super das liebe ich aber wir müssen verstehen dass hier drin hier drin das was niemand sieht da ist der wahre Mensch der irgendwann in die Ewigkeit gelangt beim Herrn ja und Jesus sagt ja auch kümmert euch nicht um das was ihr anziehen was ihr essen sollt und so weiter sondern kümmert euch um die Selle um deinen inneren Menschen ja und wir leben in so einer verdrehten Welt wir haben so eine heuchlerische Zeit heutzutage wo viel gelacht wird viel gelächert wird aber dieses Lachen oder Lächeln nicht aus dem Herzen kommt das ist nur eine Maske die angezogen ist weißt du überall die Masken ja hier Masken Maske weg da ist andere Maske da die immer lächelt und was ist denn da drin lächelt denn deine Seele dein innerer Mensch mit weißt du uns hat man so viel gezwungen eine Rolle zu spielen überall von klein auf du darfst nicht weinen du musst stark sein hab ich gehört persönlich ja du musst das und das das stimmt überhaupt nicht mit dem was in mir passiert und diese Maske wurde mir schon von so einem Alter aufgezogen jeden Tag dann bist du irgendwann in einer Gemeinde da wird auch gelächelt da wird dir auch gesagt wie man schön dich liebt und ist das die Wahrheit ist das im Herzen ist das real weißt du Jesus möchte dass seine Gemeinde real wird echt wird ohne Masken Halleluja und Jesus sagt in Matthäus 24 9 dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen das ist die Zeit wo wir leben das ist Drangsal wir werden immer gedrängt uns werden sogar die Menschenrechte weggenommen die Grundrechte abgeschafft und man wird euch töten und alle denken da werden welche da sein mit Kanonen da draußen oder mit Messer oder was weiß ich werden uns Kopf abschlagen weißt töten kann man auf ganz verschiedene Art und Weise und ich kann euch ein paar Bewegungen aufzählen die Teufel verwendet um die Menschen zu töten so dass es keiner merkt oder keiner sich Gedanken macht Drogen ich war früher Drogenabhängig und ich als ich sage mal so Amateur Drogen Nehmer also ich war kein großer Dealer oder so ich war nur so klein Fisch in der Drogenwelt wusste ich ganz genau wo in welchem Haus was verkauft wird ohne dass ich Kriminalpolizei war ohne dass ich mich damit spezifisch befasst hätte und gesucht hätte wo was ist ich wusste dass die Polizei die das spezifisch untersucht beobachtet dass die das nicht wissen was ist denn mit den Abtreibungen wie viele Millionen Menschen werden getötet was ist mit dieser Gender Politik die heute so preis gegeben wird und überall mit so einem einem wie soll ich sagen unverschämt und und gewaltig überall reingreift Ich glaube ich muss euch nicht sagen dass Mann und Mann Frau und Frau keine Kinder bekommen Ich muss nicht sagen dass Mann und Mann und Frau und Frau keine Kinder bekommen Gottes Wort sagt uns ganz klar ich habe da nochmal auf dieser Woche untersucht ganz klar sagt der Mann legt sich nicht mit einem Mann zusammen denn es ist ein Ekel wie im Augen Gottes aber heute wird das sogar in den Gemeinden akzeptiert ich meine wir akzeptieren die Menschen wir schmeißen sie da jetzt nicht raus um Gottes Willen aber ich kann diesen Menschen nicht sagen bleib da so wie du bist wenn er nach Gottes Willen nicht lebt dann wird er niemals glücklich werden egal wie er sich verändert denn nur Gottes Wille ist gut vollkommen und perfekt für alle und er hat Mann und Frau geschaffen nicht Mann und Mann und laute so Sachen ich habe noch mehr aber das ist heute nicht mein Thema ich möchte euch nur sagen und man wird euch töten das passiert heute wenn wir es nicht merken oder nicht sehen heißt das nicht dass es nicht getan wird auch die Masken die man uns auf gezwungen hat diese Sauerstoff Mangel was wir ständig haben die Leute die 8 Stunden am Tag arbeiten müssen mit dem Zeug wie gesagt ich will da jetzt nicht so groß ins Thema einsteigen und ihr werdet gehasst wenn du das anfängst draußen zu reden das mache ich oft du du bist querdenker wegen euch wird die Welt untergehen ihr tut alle einsteigen ihr seid dafür das hörst sofort Hass Hass ist sofort da gegen dich weil du anders denkst weil du denkst wie Gott denkt Amen und wir müssen damit klarkommen dass wir konfrontiert werden allerdings lesen wir weiter dann werden viele Anstoß nehmen wegen diesen Sachen was passiert werden Leute Anstoß nehmen werden einander verraten und einander hassen das geht schon um die Gläubige das geht nicht um die Menschen die uns hassen und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen heute so viel Information im Internet so viel Predigen so viel Lehren so viel Gebeten und alles mögliche und ich weiß nicht wie viel Prozent davon wirklich von Gott kommt ganz ehrlich genau ich habe mir auch ich habe meine bestimmte Pastoren Aposteln die ich weiß dass die von Gott kommen die 30 Jahre schon im Dienst sind und schon tausende Gemeinden gegründet haben oder in dem Anmarsch ich weiß dass durch diese Menschen Gott wirkt weil ich die persönlich kenne oder ich habe das Wirken Gottes in meinem Leben gespürt und gesehen diese Menschen höre ich mir an und im 12. Vers machte Jesus so unterstrich und sagt und weil die Gesetzlosigkeit diese Wort weil das ist dieser unterstrich sagt er die Gesetzlosigkeit überhand nimmt also es wird mehr Menschen geben die in Gesetzlosigkeit leben als in Gehorsam gegenüber dem Gott und sie werden wegen diesen Sachen was wir aufgezählt haben in diese Gesetzlosigkeit auch fallen wir müssen verstehen dass das was heute in der Welt passiert das verschafft eine Atmosphäre hier heute kann man andere Atmosphäre spüren als man zum Beispiel irgendwo in die Disco geht das verschafft eine Atmosphäre eine eine Grundlage oder eine Basis aus welchem kann man gut wirken auf die Menschen wenn draußen kalt und windig ist wirkt das auf mich anders da als sohnig und warm ich habe unterschiedliche Erlebnisse es wirkt auf mich unterschiedlich aus von außen und wenn das warm und sonnig ist dann wachsen die Tomaten im Garten und wenn aber kalt und windig ist dann wächst da nichts nur Unkraut das wächst glaube ich auch unterm Schnee was meine ich damit wo will ich hinaus diese atmosphäre die man verschafft hat jetzt das wirkt auf die Menschen aus das ist atmosphäre des angstes erstens der angst bloß nicht raus gehen bloß nicht zu Menschen gehen da wirst du angesteckt da wirst du sterben der Virus ist so gefährlich ich weiß nicht ich glaube ich habe schon zweimal das gehabt mittlerweile und ich stehe immer noch ich meine nach deinem Glauben wird es dir gegeben nach deinem Glauben wird es dir geschehen wenn du glaubst dass es so schlimm ist und dass es so stark ist dann wird das in deinem Leben so auswirken aber wenn du kennst den Gott der überall steht der nicht nur solche Krankheiten sondern die Krankheiten die niemals geheilt werden konnten geheilt hat dann denkst du ganz anders dann bist du auch frei von dieser Angst und das ist Religion und Glaube das ist Diktatur und Freiheit wenn man dich durch die Angst dazu zwingt etwas zu tun was dein Herz nicht machen möchte dann ist es natürlich Mangel das ist das Zweite was in unserer Atmosphäre heutzutage künstlich geschaffen werden will Angst um dein Existenz morgen damit du abhängig wirst von der Sache warum haben alles verboten die ganzen kleinen Firmen sind kaputt gegangen durch diese Politik das ist Atmosphäre der Angst schon wieder Zwang schon wieder durch die Angst schon wieder dieser Druck der Gott tut das niemals niemals er hat sogar gesagt das was wir mit unserem Verstand gar nicht begreifen er sagt sorgt euch nicht um morgen Tag ich werde mich für euch kümmern das heißt nicht dass ich jetzt die ganze Zeit auf der Couch liegen soll aber ich weiß dass Gott mich versorgt er gibt mir andere Arbeit eine bessere Arbeit keine Ahnung das ist auch nicht meine Sorge was ich im Kopf haben soll Also durch diese Sache zwingt man die Menschen nicht dem Gott gehorsam zu sein sondern diese Regierung die Gesetzlosigkeit treibt dadurch sagt Jesus wird die Liebe in vielen erkalten die Liebe die von Gott gekommen ist diese Wort Liebe ist Agape Es gibt verschiedene Arten von der Liebe Es gibt Liebe Es gibt Liebe Eros Es gibt Liebe Agape Es ist bedienungslose Liebe die nicht das eigene sucht die alles glaubt die niemals aufhört die immer treue bleibt diese Liebe sagt Jesus wird in vielen erkalten das ist das Ziel des Feindes heute durch diese ganze Atmosphäre in uns die Liebe zum Erkalten zu bringen wir müssen die Pläne unseres Feindes verstehen sonst gehen wir unter das wo Gottes Wort sagt mein Volk stirbt wegen Unwissen weil sie in Finsternis leben sie haben das Licht von Gott nicht die verstehen nicht was passiert und der Blinde führt den Blinden in eine Grube das darf nicht passieren wir müssen verstehen wo wir leben welche Feinde wir haben und wie sie wirken damit wir richtig reagieren können und dann sagt er wer aber aus hat bis ans Ende der wird gerettet werden es geht um eine Zeit des Ausdauers wo wir halten müssen wo wir ausharren müssen wo wir geduldig sein müssen Gottes Wort lehrt uns ganz viel über Geduld was wir benötigen wenn wir mit Gott unterwegs sein wollen und dieses Evangelium wird vom Reich der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen in diesen Umständen wird Evangelium des Reiches trotzdem verkündet das ist das was wir tun sollen das ist unsere Berufung vom Herrn das ist unsere Bestimmung vom Herrn weißt du wir sind hier und das ist gut dass wir da sind aber unser Ziel ist nicht einfach sonntags da zu sein wir sind hier um etwas von Gott zu bekommen seine Weisheit zu bekommen seine Kraft zu bekommen seine Salbung zu bekommen seine Sichtweise zu bekommen und in diese Welt zu gehen und das hinzubringen und sagen Leute es gibt etwas anderes Leute es gibt Licht es gibt Leben es gibt anderes Leben du musst dich nicht quälen in dieser Atmosphäre der Angst und des Drucks du kannst etwas anderes haben das habe ich kann es dir anbieten komm mit und das muss aber echt sein das muss echt sein es reicht nicht darüber nur zu wissen und dann dem anderen zu erzählen das reicht nicht aus das musst du selbst haben erst und da müssen wir hin da müssen wir hin mit dem richtigen Ziel ich muss das haben nicht nur für mich weil dieser Egozentrismus das ist ein Feind von der Erkenntnis Gottes wenn ich das nur für mich will gib mir Gott das nicht weil das vernichtet mich das macht mich schlimmer das macht mir schlechter versteht das tut meinen Egoismus füttern und noch stärker machen wenn ich in dieser Position des Egoismus stehe und Gott gibt mir Offenbarung anstatt mit dieser Offenbarung den Menschen zu dienen sagt ich bin ja so cool Gott hat mir Offenbarung gegeben weißt was ich meine das ist falsche Einstellung ich bin dafür um mit dem was Gott mir gegeben hat euch zu dienen oder den Menschen in der Welt und ihn zu preisen weil er hat mir das gegeben ja und das muss in unserem Herzen geschehen diese richtige Einstellung und richtige Erkennt ich bin von Gott raus geführt aus der Finsternis ich bin von Gott aus dieser Welt um für diese Welt ein Licht zu sein wenn wir das begreifen und mit dieser Einstellung zum Gott kommen wird er niemals das zurückhalten er gibt so viel er gibt so reichlich zum Zeugnis für alle Heidenvölker alle Völker und dann sagt er weiter im Vers 15 wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde an heilige Städte seht wer es liest der achtet da drauf dann fliehe auf die Berge wer in Judä ist wer auf dem Dach ist der steige nicht hinab um etwas aus seinem Haus zu holen fliehe auf die Berge wir waren auf dem Berg dieses Jahr Berg der Verwandlung im Radeberg mit unserem Pastor Rudolf über diesen Berg spricht Jesus der Berg wo du in die Gegenwart Gottes reingehst wo du seine Gegenwart spürst wo du von ihm gelehrt wirst wo du von ihm aufgetankt wirst auf diesem Berg und er sagt wenn ihr diesen Gräuel der Verwüstung seht Verwüstung diese Leere ein Ekel Gräuel ein Ekel also das was für Gott eklig ist und natürlich kann man das erklären mit dem dass wir in Europa vielleicht schon 50% Kirchen geschlossen haben die gesetzliche Kirchen es gibt keine Menschen die da suchen keiner kommt es wird geschlossen ihr könnt im Internet schauen ich habe diese Statistik so bisschen geguckt die Milliarden Euro werden dafür hingegeben um diese Gebäude den Stand zu halten und zu heißen und da ist niemand wir können nicht verstehen wie viel Geld das ist wir können nur träumen von diesen Nullern die dahinter stehen und das wird einfach hingesteckt ins leere Gebäude wo zwei drei Menschen im Jahr zu Besuch kommen und natürlich schließen sie das jetzt und das ist das die 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 eine Teil dieser Lehre diese Verwüstung über was er spricht und zweite aber wie viele Gemeinden sind heute mit den Menschen vielleicht auch gefüllt Aber wie viele leere Herzen ohne Liebe Agape Ich habe einen Pastor er sagt ich habe lieber 30 Menschen in der Gemeinde aber die sind echt die sind gefüllt mit Liebe mit Gott die sind ehrlich als tausend die einfach sonntags gekommen sind und dann gehen sie nach Hause und leben ihr Leben ohne Gott nach seinen Plänen nach seinem Kino in die Welt integriert sein soll sondern die Welt nach und nach in die Gemeinde integriert werden soll und dafür muss hier die Atmosphäre der echten Liebe der Heiligen Liebe da sein dass wir einen nach den anderen integrieren in Gottes Reich und nicht dass wir die Gemeinde in die Welt diese Standarten integrieren nicht dass wir die Standarte unter Standarte этого мира integrieren bei uns ist es besonders ausgeprägt in unserem Land Wir haben sozialen Schutz Ich sage nicht dass es schlecht ist Ich finde es super Wir haben allerlei Versicherungen für jeden Fall Kranken Auto Haus alles Wir sind total abgesichert total entspannt sind wir unterwegs Wir haben Essen wir haben Kleidung wir haben alles Auto alles wir haben nichts Mangel Das ist so eigentlich gar nicht so schlecht Aber von anderer Seite wird für Gott immer weniger Platz dadurch Warum ist heutzutage in Afrika so eine Erweckung und die Menschen glauben weil die haben verstanden dass sie ohne Gott nichts haben können dass Gott letzte Hoffnung für sie ist und einzige und bei uns sind so viele Hoffnungen und Möglichkeiten noch und trotzdem im Inneren ist ja wie viele Menschen bringen sich um die reichste Menschen überhaupt die haben alles die können sich alles erlauben dann nehmen sie sich das Leben weg warum etwas fehlt ihnen etwas was sie nicht verstehen was sie nicht begreifen und weißt du der Gott hat mir gestern so einen Satz reingeworfen in meinen Geist in meinen Kopf was denkt ihr was ist der Grund warum die Menschen sich das Leben nehmen was ist am meisten der Grund aus welchem Grund sind Selbstmorde also am meisten habt ihr schon Situation gehabt wo ihr einen Menschen so stark liebt und er sagt ja ich will mit ihr nichts mehr zu tun haben oder der Mensch wird dir weggenommen durch die Umstände Gott zu mir nach unserem Gespräch gestern so ein paar Fragen gestellt weißt du dass Selbstmord am meisten passiert dadurch dass der Mensch keine Liebe von dem Geliebten empfangen kann Ablehnung ich brauche dich nicht ich will mit dir nichts zu tun hast dir Pläne gebaut du hattest Träume gehabt es war alles in der Liebe geschehen in diesem Garten Eden was Gott geschaffen hat und dann sagt einer nein nein diese Liebe die sagt ich kann nicht ohne dich leben ich kann nicht ohne dich mein Leben macht keinen Sinn ohne dich und das drängt den Menschen zu dem Selbstmord weißt du dass der Jesus sagt bevor er an Kreuz gegangen ist er sagte keiner nimmt mehr mein Leben weg ich gebe das selbst weißt du dass Jesus wegen dir und mir Selbstmord begann dass sein Liebe so stark war dass er gesagt ich kann ohne dich nicht leben ich kann ohne dich nicht leben ich gehe ins Kreuz weil ich ohne dich nicht leben weißt du und es ist bei uns bei uns ist dass der not so wie wir gesagt haben die angst und hoffnungslosigkeit das hat das drängt die menschen zu einem Selbstmord beim Jesus war das anders Er hatte keine Not gehabt im Himmel Er hatte keine Probleme dort aber seine Liebe war so stark dass die gesagt hat ich kann nicht ohne dich leben ich gehe und sterbe für dich und weißt du es gibt so Theorien der Jesus der konnte nicht in der Höhle landen der war Heiliger Gott der war im menschlichen Körper weißt du das und es steht geschrieben er wurde an allem versucht so wie wir mit euch versucht sind und war der zu 100% sicher dass er sündlos ist zu dem Moment wo er ans Kreuz gegangen ist ich glaube nicht natürlich hat er sein Bestes gegeben und er hat nicht gesündigt aber war 1% da dass er nicht aus dem Toten auferstehen wird weil er etwas falsch getan hat warum hat er im Garten eben gebetet Vater lass diesen Kelch bei mir vorbeigehen also war etwas da was ihn gedrängt hat wo er sogar Angst bekommen hat weißt du was ich meine er hat das in kauf genommen er hat riskiert und er hat gesagt ich mache das trotzdem weil ich dich so stark liebe weil ich ohne dich nicht leben kann ich will nicht ohne dich was ist heute mit dir weißt du dass der gottes wort uns sagt dass die die zum christus gehören die haben ihr fleisch diese sündhafte natur mit ihm am kreuz genagelt ist das nicht selbst mord sich selbst mit jesus ans kreuz zu hängen fleischlich das alte natur das alte wesen was immer schreit und murrt und klagt meldet sich ja hallo weißt du das ist wörtlich das ist wörtlich ein fleischlicher selbst mord was wir beginnen nicht falsch verstehen ja ich will da jetzt keine predigt halten dass wir uns um legen sollen ja um gottes willen aber es geht um deinen geistlichen und fleischlichen mensch der in mir ist das alte mensch der nach sünde gelebt hat der dort vergnügen und spaß gehabt hat der muss sterben dann kannst du nicht verändern der muss sterben es muss in dir der geistliche mensch aufstehen und leben in deinem körper und dafür brauchst du liebe für Jesus du kannst dich nicht selbst umbringen wenn du Jesus nicht liebst kannst dich nicht kreuzigen am Kreuz mit ihm wenn du Jesus nicht liebst du möchtest ich denke wir müssen alle ihm bieten dass er uns seine liebe so stark offenbart was das bedeutet wie verrückt diese Liebe ist für uns und diese Liebe in unseren Herzen ausgegossen wird dann sind wir fähig dann sind wir bereit dann ist es auch nicht ängstlich das zu tun das wegzulassen das alte was mich gehalten hat weißt du der Apostel Jakobus sagt in seinem Brief liebt nicht das was in der Welt ist warum weil wenn du das liebst was in der Welt ist kannst du Jesus nicht lieben dann kannst du dich auch nicht mit ihm ans Kreuz hängen und sterben für dein Ego ja das sind die Idolen es sind die Sachen das ist das was der Apostel Jakobus auch anspricht diese Lust des Auge Lust des Fleisches ich möchte das haben und Stolz ich habe mir was aufgebaut ich habe etwas erreicht ich bin besser als mein Nachbar das sind die Sachen das sind Idolen das ist wenn ich in dem Zentrum meines Lebens stehe dann bin ich Götzen anbeter und wenn der Mensch dann zum Jesus kommt erst was sagt nimm dein Kreuz auf dich sag dich selbst ab er sieht diesen Götzen und spricht direkt an weil er weiß dass diese beiden Sachen miteinander nichts zu tun haben das ist unmöglich und dann sind zwei Stimmen der Idol fängt an wieder mit der Angst wie du willst mich weg haben du kannst ohne mich nicht leben du wirst keinen Spaß mehr haben und so weiter und so fort und diese Gedanken die werden so zu einem Haufen und immer mit der Angst begeistert immer mit dem mit dem mit aus aus los hoffnungslos ich keine jesus sagt jesus sagt wenn du das alles lest da ist viel viel aufgezählt was er sagt er geht sogar bis in die familie bis bis in die verwandten menschen und er sagt du wirst viel mehr bekommen wenn du das tust die Motivation von Jesus ist nicht durch die Angst er möchte dich reich machen in allen Bereichen weil diese Idole die halten dich fest an der Erde und das muss weg bevor du beim Jesus angekommen bist er möchte diesen Austausch tun den Idol weg und von ihm dann seine Fülle in dein Leben weißt du Jesus hat auch er ist ans Kreuz nicht durch die Angst gegangen nicht aus der Angst dass er verflucht wird viele machen das heute in der Gemeinde die sind so eingeschüchtert durch die falschen Predigten dass wenn du das nicht tust wirst du verflucht sein wirst du schlechtes Leben haben und der Mensch geht ans Kreuz aus der Angst wenn ich mich jetzt nicht kreuzigen lasse dann werde ich verflucht dann werde ich kein Segen im Leben haben das ist falsche Motivation das klappt auch nicht das klappt nicht die Liebe Jesu die Liebe von Jesus die vollkommene Liebe die mir alle Angst wegnimmt und dann ist es auch leicht warum konnte Jesus das tun er hat es ja physisch getan wir müssen das nicht machen aber er tat es ja physisch und er hat gesagt ich bin der Weg ich bin ein Beispiel für euch er hat das getan weil er geliebt hat den Vater als allererstes als allererstes und dann den Nächsten wie sich selbst richtige Priorität erst den Vater erst den Vater und dann den Nächsten und dann denboys und dann den lasst uns Offenbarung drittes Kapitel aufmachen Und ab Vers 15 Jesus spricht hier zu der Gemeinde. Er spricht zu den Menschen, die Gott suchen, die an Gott glauben. Ich kenne deine Wege, deine Wege, deine Wege, deine Wege. Denn du, weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst. Der Jesus stellt fest, dass das, was er in Matthäus 24 vorhergesagt hat, das ist passiert bei manchen Menschen in der Gemeinde. Und hier sehen wir, du bist weder kalt noch heiß, du bist so lauwarm, nicht da, nicht hier. So, aber weil du lauwarm bist und weder kalt noch heiß, werde ich ausspeien aus meinem Mund. Es ist wieder dieser Gräuel der Verwüstung, dieser Ekel, was der Jesus gesagt hat. Er sagt, wenn in unserem Herzen Leere ist, wenn da keine Liebe ist. Er sagt, ich werde ausspucken diese... Denn du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss. Das ist das, was ich gesagt habe. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir sind gut bestückt, gekleidet. Alles ist wunderbar. Und mir mangelt es an nichts. Ist so. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbemmig bist, arm, blind und entblößt. Er sagt genau, er spricht genau über zwei Sachen, einmal äußerliches Leben, was wir haben, und einmal innerliches Leben. Und er sagt, elend, erbemmig, arm, blind, nicht fähig zu sehen und entblößt, nackt, hast keine Kleidung. Das sind alles so Bildnisse, was der Jesus hier anspricht. Das werden wir so ein bisschen auseinandernehmen. Und er kennt es nicht. Das ist das Problem. Die Menschen erkennen das nicht. Die haben keine Erkenntnis. Die Erkenntnis kommt durch die Offenbarung von dem Heiligen Geist. Wir können das nicht mit unserem menschlichen Verstand verstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns die Augen aufmacht und uns verstehen, erkennen lässt. Was spricht denn Jesus hier an? Und er sagt, ich rate dir, also ich gebe dir einen Ratschlag, ich gebiete dir, von mir Gold zu kaufen. Von Jesus Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Schon wieder sehen wir hier, dass der Jesus uns nicht verdammt. Er will uns keine Angst machen. Er sagt zwar konkret, du hast ein Problem, du bist blind, nackt, entblößt, erbemmlich, aber ich habe für dir Ratschlag, ich kann dich daraus führen, aus diesem Zustand. Ich will, dass du reich wirst, wahrhaftig reich. Nicht nur von außen, sondern, dass dein innerer Mensch reich wird. Und weiße Kleider. Weiße Kleider ist Bild für unsere Gerechtigkeit vor dem Herrn. Das können wir beim Herrn bekommen. Ich kann das selbst nicht verdienen. Denn Jesus sagt, eure Kleidung ist wie, eure Gerechtigkeit, wie ein schmutziges Kleidstück an euch. Wenn wir mit Selbstgerechtigkeit kommen und sagen, ja, ich habe keine Sünde, ich mache ja nichts Schlechtes, ich bin gut, ich bin perfekt. Dann sagt Jesus, deine Gerechtigkeit, deine eigene, das ist wie ein schmutziges Kleid. Und er sagt, bei mir kannst du weiße Kleider kaufen, die wirklich in meinen Augen weiß sind. Und deine Schande, deine Blödsinn nicht offenbar wird. Dann musst du dich auch nicht schämen. Wenn Jesus dich bedeckt, dann ist dieser falsche Scham, der dich ganzes Leben verfolgt hat, er geht weg aus deinem Leben. Du erlebst die Freiheit von dem Schuldgefühl, von dem Schamgefühl, nachdem Jesus dir seine weiße Kleider gibt. Und die Salbe, deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. So sehen kannst, wie der Jesus sieht. Salbe, das ist die Salbung vom Heiligen Geist. Öl, Salböl. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So seien nun eifrig und tu buße. Manche sind nicht so zufrieden, dass in ihrem Leben etwas Komisches passiert, etwas Schlechtes, sage ich mal in Anführungszeichen. Ich freue mich. Für mich heißt das, der Herr züchtigt mich, er liebt mich, er will mich verändern, auch durch die Umstände, die so passieren. Und ich muss eifrig sein, eifrig nach dem Herrn und sagen, okay, wenn etwas falsch geschehen ist, ich will daraus etwas lernen. Ich bin auch bereit, Buße zu tun, wenn irgendwas falsch gelaufen ist, und weiterzugehen mit dir, Herr, mit deinen weißen Kleidern. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, nicht nur hören, Stimme Gottes, die Tür öffnen, die Tür öffnen, Herr, ich bin bereit, ich lasse dich rein. Es ist manchmal unangenehm. Wir wollen nicht, dass der Herr unser Dreck sieht, was in uns ist. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin nicht anders als ihr. Aber ich muss eifrig sein. Das ist Eifer nach Gott. Ich bin bereit, diese Tür aufzumachen und sagen, Herr, ja, das stimmt. Guck hier, in meinem Herzen, da ist was nicht richtig. Ich will, dass du das in Ordnung bringst. Diese Scham kommt nur dann weg, wenn ich ihm erlaube, mir die weißen Kleider anzuziehen. Manche Leute, die sitzen da und warten. Wann bin ich denn bereit? Wann kann ich das schaffen? Wann bekomme ich die Kraft dazu? Heute. Heute ist der Tag. Warte nicht. Es wird nicht anders. So werde ich zu ihm hineingehen und das mal mit ihm essen und er mit mir. Weißt du, was Jesus Essen tut? Weißt du, dass sein Essen perfekt ist? Im geistlichen Sinn jetzt übertragen? Dass diese geistliche Speise, diese himmlische Brot von ihm das Beste ist für meinen inneren Menschen? Weißt du, dass er nur den besten Wein trinkt, den es überhaupt gibt auf der ganzen Erde und im Himmel? Den neuen Wein, von dem die alten Schläuche platzen, die so eine Kraft hat, macht die Tür auf. Wer will mit dir diese Mahl machen? Und dann sagt der Vers 21, wer überwindet, wer überwindet, wer Sieg erringt, wer wird die Kraft haben, sich von dem Alten abzusagen, von den Idolen abzusagen, diese Scham und Angst drüber zu treten und im Reich Gottes reinzugehen, die Tür aufzumachen. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ha! Ha! Auf meinem Thron! Das ist schon Herrschaft! Das ist schon Verwaltung! Das ist schon Regierung! Das ist ganz andere Niveau! Das ist schon was ganz, ganz anderes. Überwinde! Überwinde! Gottes Geist ist hier! Oh, sehr stark hier! So wie auch ich überwunden habe, er hat auch überwunden. Er hat auch überwunden. Er hat überwunden. Er hat gebetet, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch vorübergehen, vorbeigehen, dann hat er gesagt, nicht mein Wille, Dein Wille das war die Überwindung. Herr, ich sage mich heute ab. Ich habe satt. Dieser Egoismus erbringt mich um. Ich will nicht sterben im Ego. Ich will für meine Sünde, für meinen alten Mensch hier sterben am Kreuz. Und mit dir auf deinem Thron zu sitzen, und an der Rechte deines Vaters. Po правую сторону Отца. Знаете, diese Bibelstelle, dass wir schon im Christus, im Himmel sind, dass wir schon im Christus, im Himmel sind, dass wir schon in der Bibelstelle dass wir schon im Christus, dass wir schon dass wir schon in der Bibelstelle haben. Es ist wichtig. Wenn wir das begreifen, wenn wir diese Schritte tun, wenn wir diese Schritte tun, haben, ich habe noch eine Prophezeiung. Ich habe noch eine Prophezeiung. Das hat mir Gott gestern gegeben. Gott mir das hat mir gestern gegeben. Wir müssen noch ein bisschen lesen. Wir haben noch Zeit. Die Zeit ist stehen geblieben heute. Schau, wie lange ich predige und es noch nicht mal eins. Ich habe noch Ich habe noch Prophezeiung. Wir öffnen noch Zacharia 4. Weißt du, alles, was in dem Buch der Offenbarung steht, das haben alles schon die Propheten im Alten Testament vorhergesagt. Das haben alles schon die Propheten im Alten Testament Als Bestätigung, dass das von Gott kommt. Как подтвержdение, dass das wird von Gott. Das, was wir gerade gelesen haben in der Offenbarung, das lesen wir jetzt in Zacharia 4. Da haben wir ein besseres Bild über das, was Jesus spricht. Ab Vers 1. Da kam der Engel wieder, der mit mir Reden pflegte und weckte mich auf, wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Ich glaube, dass der Herr heute uns weckt. aus dem Schlaf und fragte mich, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold. Ich kaufe dir Gold, was durch das Feuer geläutert ist. und da sehe ich Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben drauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume dabei, einer zu rechten des Ölgefäßes und andere zu linken. Und ich ergriff das Wort und sprach zu dem Engel, der mit mir redete, mein Herr, was bedeutet diese? Da antwortete der Engel, der mit mir redete und sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich sprach Nein, mein Herr. Weißt du, selbst der Zacharie, der hat schon keine Ahnung so viele Visionen gehabt vom Herrn. Der Gott hat durch ihn geredet. Da war die Verbindung mit Gott so stark da. Und an manchen Stellen sagte er Nein, Herr, ich weiß das nicht. Und in er wollte einen Sinn verstehen, was der Herr ihm zu sagen hat. Mit menschlichen Augen sah er das. Vielleicht können wir das Bild gerade anschauen. Er sah das hier. Goldene Öl, Kelch und dann diese Lampe aus Gold und zwei Bäume und da sind die Röhrchen, die praktisch diese Lampen mit dem Öl versorgen, sodass das Licht brennt, das Feuer brennt. Er hätte sagen können, ja natürlich weiß ich, was das ist. Das ist eine Lampe, die brennt. Zacharie konnte sagen, natürlich ich weiß, dass es eine Lampe, die brennt. Was fragst du? Bist du was? Was du spрашst? Aber er hatte etwas in sich. Er wusste, dass der Herr etwas mehr sagen möchte durch dieses Bild. Da ist etwas versteckt da drin. Und so muss unser Herz sein, wenn wir die Bibel lesen. Ich möchte sehen, ich möchte verstehen, was ist da der geistliche Sinn, was du mir jetzt zeigen möchtest. Und er sagt, nein, ich weiß nicht, ich sehe das, aber ich verstehe nicht, was das bedeutet. da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel, das war der König in Israel zu der Zeit. Nicht durch das Macht, nicht durch Kraft, sondern durch mein Geist spricht der Herr der Schan, der Herrschan. Er sagt hier in diesem Zusammenhang, in diesem Bild, wo diese Leuchte sind, da ist Kraft Gottes abgebildet, ja, durch den Heiligen Geist, die besiegen wird. Und Jesus sagt uns, kauf bei mir das Gold, das Gold, aus dem du eine Schale machen kannst für dieses Öl. Du bist dann Gefäß Gottes, der Gottes Gegenwart in sich tragen kann. Und dieser Gottes Gefäß, der mit Öl gefüllt wird, er wird dann die Leuchte zum Brennen bringen. Weißt du, wenn wir kein Gold von Jesus haben, können wir kein Gefäß für ihn werden. Dann kann er uns nicht so erfüllen, wie er möchte. Jetzt Vers 11 Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm, was sind das für zwei Ölbäume zu rechten und zu linken Leuchters. sind zwei Oliven Ölbäume. Und ich ergriff wiederum das Wort und sprach zu ihm, was bedeuten die beiden Ölbaum Zweige zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt. Und er sprach zu mir, weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete, nein, mein Herr. Da sprach er, das sind die beiden Söhne des Öls, die von dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Das sind zwei Menschen und wenn wir in Kontext gehen, ich will das jetzt nicht alles lesen, ihr könnt das zu Hause nachlesen, wird darüber gesprochen über diesen Sarubabel, der König des Israels, und den Joshua, den Priester, der zu diesem Zeitpunkt dort war. Bitte aufmerksam, wir werden jetzt alles zusammenbinden. Zwei Ölbäume sind zwei Söhne, zwei Männer, zwei Menschen. Der König und der Priester und der Priester, ihr seid außerwählte Volk, Petrus Brief, königliche Priesterschaft, ihr seid diese Bäume, die dastehen an dem Kelch, ihr seid die Bäume, die am Gewässer gepflanzt sind, die immer wieder Frucht bringen, sagt uns Psalm 1, die niemals dürre werden. Aufmerksam. Wнимание. Jetzt kehren wir in Kapitel 11 Offenbarung und dann werden wir beten. Ich will nicht mal mein Telefon aufmachen, kann doch nicht wahr sein. Mach jetzt. Schwarz, guck. Ah. Jesus spricht über letzte Zeit. Offenbarung 11. Das ist diese prophetische Wort, was er dem, oder Vision, was er dem Johannes gegeben hat. Und ab Vers 3 sagt er, ich will meinen zwei Zeugen geben, zwei Zeugen, dass sie weisagen werden, 1260 Tage lang, begleitet mit Sacktuch. Das heißt, diese Menschen werden die Welt zu Busse bringen, also anfordern. Sacktuch bedeutet Demut vor dem Herrn. Fasten und Gebet im Sacktuch war immer Zeichen des Demuts vor dem Herrn. Das sind die zwei Ölbäume und zwei Leuchte die vor dem Gott der Erde stehen, König und Priester, zwei Bäume, die vor dem Herrn stehen, und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Unser Kampf ist nicht mit Fleisch und Blut. Es ist nicht gegen die Menschen, sondern gegen gewaltete Finsternis, gegen Geister, die im Unterhimmel sind. Das ist Feuer aus unserem Mund. Das ist dein Gebet. Gebet, feuriges Gebet, wenn du frei sprichst und Dämonen fliehen und das Dunkel geht weg. Und wenn jemand Schaden zufügen will, muss getötet werden. Alle böse Mächte, die werden getötet, wenn du in diese Salbung reinkommst. diese zwei, also König und Priester, das sind wir jetzt in einem. Wir sind königliche Priesterschaft, haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt. Es ist das, was Prophet Elia getan hat, der mächtigste Prophet auf der Erde, das ganze Alte Testament. Er war am stärksten von Gott verwendet, um die Zeichen und Wunder zu tun. Diese Salbung wird auf den Menschen sein, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung und sie haben Vollmacht über die Gewäße. sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage so oft sie wollen. Das heißt, diese übernatürliche Salbung und Kraft vom Herrn wird auf uns sein. wird wird nach uns 5. 10. 12. 14. 17. Untertitelung des ZDF, 2020